Dies ist ein Informationsvideo der Stadt Bern mit gesprochenen Untertiteln. Freizeit, Kunst, Kultur und Nachtleben Angebote für Jugendliche Der Bereich Soziokultur bietet viele Angebote für Jugendliche. In diesem Video erhältst du Informationen zu Ferien- und Freizeitangeboten, der Jugendkultur, dem Nachtleben und zum Thema Bewegung und Politik. Als erstes folgen Informationen zum Thema Ferien und Freizeit für Jugendliche. Ferien, Freizeit, Jugendtreffs und Jugendjobbörse TOI, Trägerverein für die offene Jugendarbeit der Stadt Bern In den Treffs des TOI können sich Jugendliche treffen, Ideen umsetzen, Neues ausprobieren und sich Unterstützung holen. Alle Einrichtungen, Jugendtreffs, legale Spraywände und weitere Informationen stehen auf der TOI-Webseite. Diese findest du unter www.toi.ch Telefonisch erreichst du uns unter 031 380 88 44 Oder kontaktiere uns per E-Mail toy.ch Diese Informationen findest du unter diesem Video. Der Gaskessel organisiert Anlässe für Jugendliche, hilft Veranstaltungen zu planen und bietet einen Raum für junge Kultur. Zudem unterstützt der Gaskessel Jugendliche und junge Erwachsene bei sozialen Fragen und Problemen. Das aktuelle Programm und wichtige Infos stehen auf der Gaskessel-Webseite. Diese findest du unter www.gaskessel.ch Telefonisch erreichst du uns unter 031 372 49 00 Oder per E-Mail info-at-gaskessel.ch Diese Informationen findest du unter diesem Video. Jugendjobbörse Bern Bei der Jugendjobbörse können sich Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren anmelden. Dort werden Sackgeldjobs angeboten, zum Beispiel Gartenarbeit, Babysitting, Reinigung, Einkaufshilfe und viele mehr. Auf der Webseite www.jugend-job-börse-bern.ch findest du dazu mehr Informationen. Telefonisch erreichst du uns unter 031 321 6049 oder per E-Mail kontakt-at-jugend-job-börse-bern.ch Diese Informationen findest du unter diesem Video. In den Ferien und in der Freizeit kannst du Kurse besuchen und etwas Neues erleben. Beim FAKER können sich Jugendliche bis 17 Jahren anmelden. Informationen gibt es unter www.fakr.ch oder der Telefonnummer 031 321 6040. Du kannst uns auch per E-Mail erreichen. FAKER at FAKER.ch Diese Informationen findest du unter diesem Video. Jetzt folgen Informationen zu Jugendkultur, Nachtleben und Bewegung. Kunst und Theater Das Atelier Kids West ist das freie Kunstatelier für Kinder und Jugendliche in Bern-West. Zusammen mit Kids aus der Nachbarschaft können Kinder und Jugendliche in den verschiedensten Bereichen künstlerisch experimentieren. Auf der Webseite www.kidswest.ch findest du dazu mehr Informationen. Du erreichst uns auch per E-Mail. Mail at kidswest.ch Diese Informationen und die Telefonnummer findest du unter diesem Video. Westwind Westwind ist ein Kunst- und Kulturpädagogisches Projekt für Kinder und Jugendliche in Bern-West. Auf der Webseite www.westwind6.ch findest du dazu mehr Informationen. Du erreichst uns auch per E-Mail info at westwind6.ch Diese Informationen und die Telefonnummer findest du unter diesem Video. Legale Spraywände In der Stadt Bern gibt es mehrere Wände, wo legal gesprayt werden darf. Entsorgungseimer für leere Spraydosen stehen zur Verfügung. Die aktuellen Standorte sind auf der Webseite der Stadt Bern zu finden. Du findest den Link zur Webseite unter diesem Video. Du erreichst uns auch telefonisch oder per E-Mail soziokultur at bern.ch Du findest unsere Telefonnummer in der Box zuständige Stelle neben oder unter diesem Video. Junge Bühne Bern Die Junge Bühne Bern umfasst Theaterclubs für Menschen von 6 bis 26 Jahren. Du findest dazu Informationen auf der Webseite www.junge-bühne-bern.ch Du erreichst uns auch per E-Mail info at junge-bühne-bern.ch Diese Informationen und die Telefonnummer findest du unter diesem Video. Die Jugendkulturpauschale Startstutz bietet Jugendlichen, die alleine oder gemeinsam mit anderen ein kulturelles Projekt auf die Beine stellen wollen, finanzielle Hilfe. Die wichtigsten Informationen dazu stehen auf einem Merkblatt. Du findest den Link zu diesem Merkblatt unter diesem Video. Mehr Informationen erhältst du auch telefonisch unter der Nummer 031 321 6043 oder auf der Website www.staatstutz.ch Du erreichst uns auch per E-Mail info at staatstutz.ch Diese Informationen findest du unter diesem Video. Jugendkultur, Nachtleben und Bewegung Der Gaskessel organisiert Anlässe für Jugendliche, hilft Veranstaltungen zu planen und bietet einen Raum für junge Kultur. Zudem unterstützt der Gaskessel Jugendliche und junge Erwachsene bei sozialen Fragen und Problemen. Das aktuelle Programm und wichtige Infos stehen auf der Gaskessel-Website www.gaskessel.ch Informationen erhältst du auch unter der Nummer 031 372 49 00 oder per E-Mail info at gaskessel.ch Diese Informationen findest du unter diesem Video. Du erreichst uns auch telefonisch oder per E-Mail sociokultur at bern.ch Du findest unsere Telefonnummer in der Box zuständige Stelle neben oder unter diesem Video. Jetzt folgen Informationen zum Thema Politik für Jugendliche. Beim Jugendparlament der Stadt Bern und Umgebung können Jugendliche und junge Erwachsene mitmachen, die in Bern wohnen und zwischen 14 und 25 Jahre alt sind. Sie können in verschiedenen Arbeitsgruppen mitarbeiten und Projekte umsetzen. Zudem können sie mit Vorstössen die Politik der Stadt Bern mitgestalten. Du findest dazu Informationen auf der Website www.jupabern.be oder per Telefon unter 031 321 6044. Oder kontaktiere uns per E-Mail sociokultur at bern.ch. Diese Informationen findest du unter diesem Video.